so meine freunde hallo und herzlich willkommen zurück zu minecraft live in the woods ich bin heute mal wieder alleine ich bin der onkel und bin ein bisschen alleine unterwegs der cds und so die sind schon alle im bettchen und ich dachte mir ich bastel noch ein bisschen weiter am haus rum weil irgendwann muss ich ja auch mal zur potte kommen und die ganze zeit immer ja hänge ich die ganze zeit hinterher dadurch ich nicht wirklich zum aufnehmen komme von minecraft und dann immer nur wenig schaffe mit den jungs was nicht böse gemeint ist aber sind doch immer zwischenräume dann immer ja und deswegen baue ich hier mal noch ein paar schon weiter dass man wie gesagt mal aus dem stiefel kommt ja was ich jetzt vorhab das werde ich natürlich immer noch nicht verraten das seht ihr ja dann was ich auch brauchen möchte tun haben getan hätte ist ja close tone habe ich jetzt natürlich alles schon okay aber das ist jetzt egal wir machen jetzt so hat schon richtig so ja genau genau zack genau so wie es funktioniert das ist so cool klub dir ja nicht wie cool das ist wenn es funktioniert in diesem falle hier gerade eben nicht ja möchte jetzt gerade nicht funktionieren so 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 wie ich es liebe so kann man das nicht einfach nein das war doof so 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 jetzt muss man nämlich aufpassen so ist jetzt richtig ja 1 2 3 und hier werden wir jetzt jetzt muss ich auch gerade knübeln das was ich hier habe gehört normalerweise dahin jetzt muss ich hier selber essen wieder das ist falsch das ist auch falsch 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 alles falsch 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 okay genau genau ne ist einfach nur um um das quatsch braucht es für der dunkel ist das so richtig ist das so richtig ne oder sieht ein bisschen komisch aus ich glaube das ist falsch so oder alter ja nein mit dem blöden 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 hammer darf ich nicht immer durch die kante rennen geht doch ins bett hallo danke ja so guten morgen weiter geht es hier an der stelle herz willkommen zu euch zu machen oh man und nochmal ja das ist das woran ich jetzt gerade auch wieder nicht gedacht habe dass ich hier gar nicht rauskomme so gut aber erstmal habe ich ein anderes problem hier denn das ist gerade alles andere als schön was mache ich denn nein das ist ja quatsch so jetzt könnte ich natürlich hier mein gott nochmal was mache ich denn nur ne ne so ist doch richtig so ist richtig oh man wahnsinn ey hab ich sowas doch nochmal gebacken bekommen das ist die gleiche Schitte hier nochmal genau he he jetzt habe ich das gleiche hinbekommen hinbekommen mach ich dir nochmal soo eins zwei drei also drei eins zwei drei eins zwei drei eins zwei drei lạiwei eins zwei drei eins zwei drei wunderschön, das ja ich merke schon, ich brauche noch mehr von diesen Eckblöcken Eckblöcken ähm na komm so und das muss jetzt so ein nee 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 ja genau komm schon ja es hat gereicht es hat gereicht Leute es hat gereicht Alter es hat gereicht das gibt es ja nicht zack 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 1 1 1 1 1 2 1 2 1 3 1 2 3 1 2 3 ja klar warum auch nicht wie ging jetzt dieser blöde hammer jetzt wieder war da jetzt irgendwie so und dann so 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 wie war denn so 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 war dann nicht irgendwie so da war doch so 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 und so 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 geht es wieder nach oben und die eine doofe ecke da nein 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 so und jetzt muss man das eine ja oder nein 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 kann doch jetzt nicht wahr sein jetzt 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 wir haben es so die türe hier die kann ich eigentlich wieder abbauen weil die ist quark weil wir dann nie wieder rauskommen jetzt brauchen wir jetzt brauchen wir jetzt brauchen wir glowstone und jetzt machen wir das ja alles mit glowstone so richtig schön mit diesen glowstone aber auch nicht mit anderem so 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 jetzt aber haben wir alles aus gefüllt ja jetzt haben wir zum beispiel schon wieder eine schöne schöne leuchtende umrandung für unser kleines haus oh oh yeah das ding ist nämlich ich muss hier noch eine leider drauf setzen weil jetzt kommt hier nämlich noch dings hin bums hin dings ka bums und zwar erde 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 unser dach wird nämlich ein kleiner garten kann man so sagen obwohl ich dazu sagen muss dass ich das in meinem single player etwas anders habe glaube ich auf jeden fall brauchen wir erde hier oben gut ist so das schwierigste aber an der ganzen sache ist nicht dass wir da drauf erde pflanzen ich würde aber trotzdem gerne geht das jetzt trotzdem ja das funktioniert geht auch ja das funktioniert oder wenn ich jetzt hier noch ja das funktioniert das ist ja cool ok da würde ich sagen aber das so ich könnte es aber gerne mal noch umdrehen ach ich ich werde wahrscheinlich nie damit zu fach kommen so jetzt müssen wir glaube ich bei dem c das wieder stibitzen gehen weil jetzt kommt etwas drauf was nicht unbedingt alltäglich ist das kommt raus hier das kommt raus hier ich würde mal sagen sie alles was so viergeg ist tue ich in die arme kiste äh äh schlap scan hier rein das ah ne das blöck da das so jetzt gehen wir nochmal baden baden schlafen so jetzt weiß ich halt nicht ob ich das obwohl wir können ja immer wieder neu holen dann wir können ja immer wieder neu holen deswegen kann ich da glaube ich ruhig von dem lieben c das äh was stibitzen denn wenn es dann einmal steht kann man es wie gesagt auch neu holen dann werden wir mal schauen ob er sowas hat ich brauche zum einen knochenmehl habe ich nicht hier auch noch ein tor gehabt vielleicht sogar schlauer als die das tor hier daher ein tor zu machen ich muss ja jetzt immer über diese seite hier unten durch den tunnel und darin du hin und wir wollen ja zudem cds ins lager da ist nether da ist nix und jetzt muss man schauen ob da sowas hat und zwar hier sind alles voller irgendwas ich glaube nicht dass er sowas hat leider leider nicht wie es ausschaut können wir hier gucken hier gucken da ist auch nichts ja das heißt wohl noch wie viel sind da noch drin ich glaube ich mir weg weil die kann ich gut gebrauchen die trage die knochen ach mein hintern tut wieder weh so ne er hat es leider nicht dann wird es sehr 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 anstrengend und schwierig für uns das zu bekommen höchstens jetzt kann ich nicht machen das kann ich nicht bringen ich schaue mal was haben wir hier drin auch nicht da drin allen möglichen schund muss ich schon irgendwas über voll nehmen oh hier liebe leute da kann ich jetzt leider noch nicht dann kann ich damit jetzt leider noch nicht anfangen höchstens die anderen haben sowas ich gucke mich jetzt einfach mal hier um ich bin jetzt einfach mal so frech und gucke jetzt hier jede kiste durch und schaue ob vielleicht hier irgendjemand so apps hat jetzt ist das in krankenhaus naja hier ist die map das riebe ist mein haus hier ist fleisch drin diesen möhren drin da guck mal essen gemüse essen obst der hat das schön knalles cobblestone pflanzen scheiße 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 boah das wird das wird ein akt liebe freunde das wird ein akt und ihr ahnt das sicherlich schon was ich suche was ich möchte was ich bauen möchte aber ich glaube mir sind alle hände gebunden ein bisschen guck mal einfach nochmal bei dem andi vorbei vielleicht haben wir ja da glück ich entschuldige mich natürlich gleich mal vorher dass ich das wenn ich es finde bei euch rausklauen werde ganz dreist aber wenn wir das aufbauen dann können wir das auch immer wieder neu holen oh da hat ein hund bin ich ein bisschen erschrocken muss ich zugeben oh guck mal ein frosch krass krass boah da ist auch nix drin der hat sich aber ja echt schick gemacht muss ich sagen hier mit aussicht auf mein haus da hinten obwohl das war zugebaut von cedis von cedis frau wird die aussicht auf mein haus zugebaut von hier aus gesehen aber ich baue besser äh nicht besser aber höher man wird mich dann schon wieder entdecken ok ist hier alles glas ja hier ist glas wahnsinn was er hier so gebaut hat ein tisch ach hat schon ein bild aufgehangen gehungen 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 wahnsinn der schalter ist hundertprozentig fürs licht wahnsinn was er so hier schon gebaut hat boah er denkt das fällt runter aber natürlich nicht ach warum sollte das da unten sein ähm ich glaube nicht dass hier drüben noch irgendwas ist oh mein gott das wird das wird ein akt da oben alles voll redstone dinger ach da ist mit lichter verbunden ok cool 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 alles klar super ja spaß die bombe ok ähm boah das heißt für uns wir müssen auf Wanderschaft bald gehen Kompass schnappen oder so und dann auf Wanderschaft gehen ach du scheiße ach du scheiße mhm ja 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 müssen wir machen ja obwohl ich sagen muss ich hab noch nie hallo ach wie geht hier die tür nicht auf warum nicht warum geht die tür nicht auf hallo liegt das an den lianen oder ach guck mal rein ach man mhm ich dreh am Rad ey ja das wird dann wohl so enden dass wir auf Wanderschaft gehen müssen ja das müssen wir sowieso ja wir sind mal dieses blöde ding abschalten naja auf jeden fall würde ich sagen war es das erste für heute das nächste mal wieder mit den anderen oder vielleicht doch wieder alleine mal gucken wie es alles ausschaut wie es zeitlich so passt und ja da würde ich sagen vielen dank fürs zuschauen und ja wir werden mal gucken wie wir das Dach dann gestalten und ja bis dahin tschuuuus